500 Gramm Backmischung für Schokoladenkuchen Eine Dose Kokosnuss-Fertigglasur 3 bis 4 Tassen Speiseöl 4 große Eier Eine Tasse Schokostreusel 3 bis 4 Tassen Butter oder Margarine 1 und 2 Drittel Tassen Kristallzucker 2 Tassen Weizenmehl Zum Garnieren beispielsweise Cracker in Fischform Streusel in Fischform Fischförmige Abfälle Fischförmiger Dreck Ethylbenzol in Fischform Lange Lakritzbänder Organische Verbindungen in Fischform Sediment in Sedimentform Erdnussbutterwürfel mit Zuckerhülle in Fischform Eine Tasse Zitronensaft, Alpha-Harze Ungesättigtes Polyesterharz Fiberglas Oberflächenharz und flüchtige Malzmilchansammlungen 9 Eigelb 12 mittlere geosynthetische Membrane Eine Tasse Kristallzucker Ein Eintrag mit dem Titel Töten mit bloßen Händen 2 Tassen zerhackter Rabarber 2 bis 3 Tassen Rabarberflocken 1 Esslöffel Rabarberpulver 1 Teelöffel Rabarberschale 3 Esslöffel Rabarber flambiert 1 Stange Rabarber 1 Bohrloch bildgebender Elektromagnet-Rabarber 2 Esslöffel Rabarber-Saft 2 Esslöffel Rabarber-Saft 1 Einstellbarer Alu-Kopfpositionierer 2 Schlachthof-Elektronadel-Injektor 2 Schnurloser Elektronadel-Injektor 3 Injektornadel-Treiber 4 Injektornadel-Gewehr 4 Schädelkappen 4 Enthält Konservierungsstoffe 5 Tiefenwerkstoffe 5 Tiefenwerkstoffe 6 Gas- und Geruchskontroll-Chemikalien Sie deodorieren und konservieren Gewebe